Herzlich Willkommen! Wir haben uns heute hier versammelt, um eine fette Ownage durchzuführen! Richtig fett! Richtig fett! Indem ich Rumble spiele und Dan spielt Malfight. Yeah! Wir beide haben Skins und die alle nicht. Aha. Und Skills. Genau, Skins und Skills. Ja, mein Hero, der muss so. Ähm. Geil! Bin gleich soweit, Moment. Ja, ja, ich merke schon, wie weit du bist. Erstmal schön die Schnorrer hochziehen, nur. Ja, muss sein. Online, zwei Endpunkte. Achso, ich bin jetzt über ein Netbook bei MSN angemeldet und über ein PC. Cool. Hm. Dann geht Kevin auch noch. ICQ offline. Ey, sag mal, wenn das losgeht, ingame, ja? Ja, jetzt sofort, jeden Moment. Alle sind bereit. Alle sind bereit. Ich merke mich kurz am Netbook noch, äh... Jetzt geht's los. Bei Securen. Ja, jetzt hör ich's auch. Weil ich muss das Spiel auch noch im Fenstermodus machen. Ja, ich muss auch noch mal irgendwas drunter stellen. Ähm, die Graphic. Ey, ich gebe nicht Bot, ne? Könnt ihr vergessen. W-w-w-w-w, ne? Oh, gut. Oh, die flamen meine Musik! Wir flamen meine Musik! Wir flamen meine Musik! Ja, warte, ähm, er nimmt noch, äh, er streamt gerade und deswegen schon diesen Schein. Ja, falls ihr einen Livestream legen wollt, äh, Dan wird's gerne posten. Ja, mach ich wohl. Ey, warte mal, Shift-Window hier, wo ich das programmieren. Hallo. Hallo, Shift-Window. Na, alles klar? Okay, ich bin mit Wayne. Trigger ist. Push. Das ist Wahnsinn. Abdrehen. 30 Sekunden bis ein Minions spawnen. Was hast du denn für eine Musik gerade dran? Ey, ich such gerade ein Lied. Und zwar Itzy Bitsy Teenie Weenie. Ah. Ich hoffe, dass das auch in diesem Ordner ist. Toll, und der unten fiedet schon, direkt. Oder auch nicht. Oder doch? Oh. Sein Kill noch gewesen. Das war er. Okay, jetzt höre ich das richtige Lied. Ich habe gespawnt. Aha. Oh. Borsinn, Itzy Bitsy Teenie Weenie. Äh, ja. Ja, ich habe hier oben Nidalee und hier den Lee Sin. Hier haben Alistar und ich glaube Tristana war das? Ja, ja, Tristana. Ich bewege so schnell wie ich kann. Ach, die Eclipse sind schon dran, was hat was zu tun? Baaah. Ja, die trauen sich gar nicht mehr daran, wenn man rausklopft. Die unten sind auch ein bisschen fällig. Ja, schon wieder. Thanks, MyFight. Guck dir das an, der ist einmal herangekommen. Hatte nur noch ein Viertel Leben. Verbrenne dich, mein Freund. Soll ich dir ein bisschen die Haare föhnen? Ja, die Tristana lastete nur, anstatt dass sie mal ein bisschen Damage raushaut, so Fernkampf mäßig. Da haben sie geasht. Das Haar hier auch, eigentlich. Wow, ich bin weggecharged. Ich glaube ich hatte hier kein Mana mehr zum Healen, das ist das Geile. Achso. Man nennt mich übrigens auch Shushay. Wieso? Kennst du Shushay nicht, Mann? Nee, was ist Shushay? Das ist der übelste Typ, der abgegangen ist auf dem Dreamhack, ey. Achso. Wen hätt der denn gespielt? Der den übelsten Schoten gerissen. Bei Fanatic. Wen hätt'n der gespielt? Also wegen Hero. Äh, Kragas, Brand. Got it. Jo. Wir sind die Gegner, wo ich da oben. Wie die aussehen? Nee, wie die spielen. Doch. Schlecht. Schlecht. Wie die aussehen. Don't try this again or you will die. It's no problem for me. I can do this. Ja. Ja, ja, ja. Ich brauche mal First Blood Map. Aber First Blood ist ja schon gefallen. Aber du brauch trotzdem das Geld. Für'n Kill. Ich hab schon 1000 Gold irgendwie zusammengekriegt. Bestimmt wegen dem Assist, oder? Zwei Stück. Ja, kurz warten. Ähm. Die sind voll die Tower-Kuschler hier. Die verlieren voll viel Geld. Das finde ich gut. Ich hab 15 Lastsits. Wie fährt hier Nidali? 4. Und der Lee Sinner hat 13. Hehehe. Wie fährt unsere Tristana? 16 Lastsits. Ja. 16 Lastsits. Die Nidali ist echt übel schlecht. Die Nidali ist echt übel schlecht. Das ist echt übel. Die Nidali ist echt übel. Das ist echt übel. Der ist echt übel. Do it when I want it Scheiße, scheiße, scheiße Alter, die Nee, da war Ben Nice Ich hab's zwar nicht gesehen, aber es ist nice War richtig dumm von dem eigentlich, aber Kennt man ja von Oh, ich hab mein Ulti, jetzt wird gleich gefaunt, top Ja, komm, greif uns an Greif uns an Komm her, du scheiße Fickfotze Hey Hä? Nix Meinst du wegen Dings? Das gucken kleine Kinder Fickfotze, wooo Juhuuu Bisse plästert aus meinem Arsch Jetzt darfst du's nicht mehr hochladen Spaß aus'm Heim Jo Wenn man nicht ein bestimmtes Wort sagt, ist alles ok Hurensohn Nein Das darf man ja hochladen, stimmt weiter glaube ich Ja, das darf ich Welches Wort denn? Sieg? Genau Sieg Das darf ich nicht Jetzt kann ich mich auf Schöne Ich habe einen Die 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 Daaaah was man! Was? Er killt ins Fall. Komm ran! Ihr müsst wissen, Leute, davor haben wir ein Spiel gespielt. Haben wir zwar verkackt, aber ihr habt mit Rumble 37 Kills gemacht. 37,8 Stats gehabt, ja. Richtig heftig, ey. Und wir haben trotzdem verloren, das muss man dazu sagen. Ja, wir hatten so'n scheiß Teemo, der hat auf AP gespielt. War komplett AP. Ja, also ohne Attack Speed und so weiter. Ich bewege so schnell wie ich kann. Ich bewege so schnell wie ich kann. Okay. Ja. Ich denke, wenn ich so'n Hanna Probleme hätte. Warte, was schreibt ihr da alle? Das ist der und mein Lifestyle-Fuck. Achso, und der versteht die Sprache nicht, oder was? Naja, aber er meinte, es ist trotzdem lustig. Achso. Ey, sag mal, was ist denn da los, Alter, kann einer mal einer porten? Ey, Trissana hat doch Porten mit, warum läuft die da nicht? Warum portet die sich nicht? Ey, wir ficken jetzt auseinander, Junge! Drück dem Auge, Junge! 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 Junge, ich krieg die Kills, Junge! Junge, ich krieg die Kills, Junge! Junge! Wie war's denn schon? 4! 4-0, ey! Ekligster Rumble aller Zeiten, Alter! Ich... Wäre die Trissana nicht so dumm reingehoppelt gerade, ne? Ja, genau, lass uns ruhig die Tower kaputt machen, das ist schon okay. Scheiß auf Tower! Was macht denn da dann eine Mille? Die geben hier oben schon gar kein Geld mehr, die ganzen Leute, weil ich die so oft kille. Das ist echt zum Kotzen. Jetzt ist sie schon wieder da, die Uschi hier. Ey, top, der Tower ist down, ey. Das fuckt mich jetzt grad richtig ab, ne? Nur weil ich einmal zurückgegangen bin, ey. Ein einziges Mal. Hier ist auch schon fast down so'n Tag, ey. Weil der lässt einfach... Keine... Was macht die Trissana da denn? Denkt ihr lieber Chuck Norris und reißt so'n Damage? Heç! Ich will wasана können, da nochmal raus. Scheiße, ich glaube Tower ist top. Where is top? Ah wohl Running kommt jetzt. Hat das Once. Nehmt noch was werden. Ich komm bot! Dann knallen wir die eben auseinander. Ja, die hatten noch kein Ulti. Nein, genau. Fokus den. Mach Ulti! Jawoll. Egal, Rumble ist jetzt da. Ja, wenn alles fertig ist. Egal. Ja, lucky, lucky, lucky. Ey, du Skidi, du scheiß Opfer, alter. Versteht er ja nicht. Ist Wayne, dass der zuguckt? Ey, Rise. Achso. Wir müssen weg. Warum? Da ist doch noch dieser Super-Versal hier. Oh, hab ich gesehen. Ja, jetzt kommen die Wexler aus. Komm ran! Komm ran! Er schreibt, what's with Rise? Komm ran! Rise! Komm ran! Hast du gelesen? Wir haben gerade über Rise geredet und er fragt, was ist Rise. Ja komm, willst du einen aufs Maul oder was? Alice kommt hier so rein, gechaid. Woah, was soll Adam hier? Aufs Maul bekommen, siehst du doch. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Boah, Mann, Mana, Mana... Wirst du wie ich den abfacke, Alter? Ich gebärk, halt mal. Ich muss da hin... Ja, gut. Oih, Latora ist da oben, ne? Das schaff ich nicht mehr alleine. Wie, Bot? Klar kannst du's halten. Ach, oben sag ich schon. Ich sag hier unten. Den kannst du halten. Denk ich nicht mit so'n fetten Alistar. How stupid are you guys? Ne, das schaff ich nicht ganz sicher nicht. Zwei Schläge und die Tower Star. Siehste? Obwohl? Guck mal, wie viel läuft der noch? Zwei! Ich komme! My Life! Wir ficken die jetzt auseinander, wenn die kommen. Schnell, vor Tower da was. Ja, los, los, los! Richtig geil. Keine Mahnung, das ist das Blöde. Keine Bahnen mehr. Jaaa, boxt mich gegen die Wand, Alter. Wir sind gut aus. Oh, Rhyse ist auch hier. Alter, das sind ein paar viele. Oh, shit. Dat war unfair! Pfff. Das musst du sagen. Das musst du sagen. Nice Feet, yep. That's true. Nice Feet. Und jetzt muss ich eben back gehen. Das hat doch keiner SS gesagt, oder? Nee. Nee. No Misses are calling. Hehehe, ich muss immer Englisch reden. Weil er streamt. Ach so, ja. Sorry, selbst. An enemy has been slain. Going. Duptidoo. Sure. Ey, die Nidalee holt sich da ihren Freelfer am Top, ne? 39 Lastsits. Huhu. Hehehe. 66. I'm moving as fast as I can. Aha. Wow, Mitte geht ab. Kannst du schon runterkommen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jawohl, mein Lord. Nidalee Fokus und ab geht's. Ja. Ich hab erst 4 Sekunden und wieder bereit. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. verlangsamt habe, hehehe Wir gewinnen das noch. Aber nur wegen so einem abgefuckten Rumble, Alter. Ich sag's dir. Irgendwann werden wir das wieder verlieren, ne? Lass dich aus, Alter, ganz ehrlich. Wir haben Teuer jetzt auch da unten in der Mitte. Das geht. Das schaffen wir. No, no button pushin'. Regroup, team. Roger that. Affirmative. I'm moving as fast as I can. Ich geh schon. Okay. Aber, na gut. Ich komm gleich wieder mit. Ich bin schnell. Ich brauch den Farmen da. Warum hilft mir denn keiner? Guck mal her, Leute. WTF! Ohne dich! Ohne dich! Das kann's nicht sein! Hahaha. Das ist nur, weil ihr grad eben euren Feed bekommen habt. Alle down. LOL! WTF! WTF! Das war's für dieses Mal mit LOL und bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Tschüss, halt die Fresse. So, und das ist nochmal hier die Anzeigetafel mit den Wins und Loses. Du hast nur 4 Kills, ja. Einmal gestorben. Ich bin keinmal gestorben. Ja. Und dafür hab ich den Damage gemacht. Und ich wurde gefokust von dem Malsacher. Ja. Und der hat halt keinen Schaden gehabt. Ja, ja. Und du bist mal kurz weggegangen und sagst ja, ich komm gleich wieder mit. Und dann BAM! Wir haben alles kaputt. Die Surrendern. Ende. Punkt. Na ja, das war's dann.